Du musst dir vielleicht gerade die Nebenniere einprägen mit Mark, mit Rinde, mit den einzelnen Schichten, wo was gebildet wird. Und in diesem Video geht es genau um dieses Thema. Ich werde dir Eselsbrücken und Merkhilfen mit an die Hand geben, wie du dir das ein für alle Mal und langfristig einprägen kannst. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Book Campus und in diesem Video geht es um die Nebennierenrinde. Um das Nebennierenmark, da werde ich nochmal ein getrenntes Extra-Video veröffentlichen und aufnehmen. Das werde ich dann entweder, wenn es schon veröffentlicht ist, hier dann verlinken. Nebennierenrinde. Ja, wir wollen uns das Ganze mit Merkhilfen, mit Eselsbrücken einprägen. Und für Nebennierenrinde und Nebennierenmark bietet sich einfach ein Baum an, der ja Rinde hat. Wir merken uns alles am Baum, außen am Baum, an der Rinde, eben für die Nebennierenrinde. Und für den Nebennierenmark werden wir dann die Geschichten im Baum uns überlegen. Wie gesagt, da gibt es dann das nächste Video dazu. Ja, wir wollen uns das Ganze eben mit Eselsbrücken, mit Merkhilfen, Merkhilfen und Merkhilfen uns einprägen. Und ja, was bietet sich da an bei Nebennierenrinde und Mark, dass wir uns dafür vielleicht schon mal als Startpunkt unserer ganzen Merkgeschichten, unserer Merkhilfe, einem Baum vorstellen, der eben Rinde und Mark hat. Die Rinde ist das Äußere vom Baum, darum wird es heute gehen, um die Nebennierenrinde und ums Nebennierenmark. Alles, was dann im Baum basiert, für das Mark eben, das gibt es dann im nächsten Video. In diesem Video soll es jetzt eben ganz konkret um die einzelnen Schichten gehen, von der Nebennierenrinde und wo was gebildet wird. Es geht jetzt nicht um die ganzen Details und so weiter, sondern dass du das Wichtigste schon mal zur Nebennierenrinde ja dann verinnerlicht hast. Also beginnen wir mit unserer kleinen Merkgeschichte. Wie gesagt, Rinde Mark, wir stellen uns einen Baum vor, der eben außen Rinde hat. Jetzt hat die Nebennierenrinde drei Schichten, also gliedern wir den Baum von oben nach unten, das entspricht auch den Schichten von außen nach innen, eben diesen Baum in drei Zonen ein. Die obere Zone, die Baumkrone, ist die erste Schicht, dann am Stamm in der Mitte die zweite Schicht und ganz unten, quasi am Boden des Baumes, die dritte Schicht. Ich habe schon ein bisschen angedeutet, dass wir uns Zonen überlegen. Und das kann dich schon mal erinnern, dass die drei Schichten alle mit Zona beginnen. Für eine Zone kannst du dir vielleicht so ein Absperrband vorstellen und das erinnert dich, okay, alle drei Schichten beginnen mit Zona, also mit einer Zone, die vielleicht da abgesperrt ist. So, damit es alles ein bisschen anschaulicher wird, werde ich dir das Ganze hier auch einblenden. Alles, was visuell, bildlich ist, kannst du dir zum einen schon mal selbst merken. Versuch es dir aber auch mit allen Details, vielleicht mit Emotionssinn auch selbst nochmal gut vorzustellen und dir vor deinem inneren Auge zu visualisieren. Okay, weiter geht's. Was merken wir uns jetzt? Die erste Zone, Zona Glomerulosa. Wie gesagt, dass es Zona heißt, wissen wir, Glomerulosa könnten wir uns ein Klo, wie Glomerulosa vorstellen. Und vielleicht schwimmen in dem Klo noch Lose, falls du die Endung, den ganzen Begriff nicht weißt. Aber wir wollen jetzt erstmal uns hauptsächlich dieses Klo für Glomerulosa vorstellen. Dann weißt du, das ist schon mal die erste Schicht, Zona Glomerulosa. Ja, als nächstes wollen wir uns merken, dass dort die acidophilen Zellen zu finden sind. Entweder du merkst sie so, Acid, aus dem Englischen Sour. Oder Acid am A, wie Arsch, zieht es da oben im Baum auf dem Klo. Du kennst es, je lustiger, verrückter die Sachen sind, umso besser kannst du es einprägen. Also stellst du dir dieses Klo vor, wo es eben am Hinterteil, am Arsch, zieht. Also gibt es in dieser Schicht die acidophilen Zellen. Ja, was produziert diese Schicht? Das sind Mineralkortikoide. Mineralkortikoide klingt wie Mineralien. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie das Hinterteil überall Mineralien rauswachsen oder an diesem Klo mit Mineralien besetzt ist und es vielleicht funkelt und glänzt. Also Mineralkortikoide in der Schicht, in der Nebennierenrindenschicht, in der Zona Glomerulosa. Ja, was wird eben dort konkret gebildet? Das Aldosteron vor allem. Wann wird das Aldosteron jetzt hier ausgeschüttet oder ja produziert? Zum einen, wenn Kalium erhöht ist oder wenn die Natronkonzentration erniedrigt ist. Wie können wir uns das Ganze merken? Aldosteron. Aldo klingt vielleicht wie alt. Du stellst dir vielleicht eine alte Person vor. Falls du dann noch nicht auf den Begriff kommen solltest, könntest du dir vorstellen, einen alten Türsteher. Steher wie Steron. Aldosteron, einen alten Türsteher, der vielleicht schon nicht mehr so bei Kräften ist. Und da steht er oben mit im Baum und beschützt vielleicht diese Toilette. Okay, und wie kannst du dir noch ein bisschen pseudologisch herleiten, wann jetzt eben Aldosteron ausgeschüttet wird? Ja, für Natrium könntest du dir eine Nase wie Natrium vorstellen, die irgendwie unter der Toilette klemmt, also unterhalb. Damit weißt du, wenn die erniedrigt ist, also an dem Boden liegt oder unterhalb von der Toilette, von dem Klo sich befindet, dass dann eben Aldosteron ausgeschüttet wird. Kalium, das K sieht vielleicht aus wie so ein Maul von einem Krokodil. Also könntest du dir vorstellen, wie vielleicht von oben sich aus der Baumkrone aufs Klo vielleicht ein Krokodil fallen lässt und dich beißt, weil du da vielleicht auf dem Klo sitzt. Deswegen bei Erhöhung des Kaliums, also des Krokodils, wird eben auch Aldosteron ausgeschüttet. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, was haben wir uns jetzt hier gemerkt? Mit dem Baum an der Rinde in der obersten Schicht, also in der Baumkrone, die Zone, also Zona, war ja ein Klo für Klomerulosa, vielleicht hast du dir noch die Lose vorgestellt. Was ist da passiert? Es hat ja am Arsch gezogen für Acidophil, am Arsch, es zieht es, Acidophilezellen, die man eben in der Schicht findet. Und was haben wir uns noch gemerkt? Was wird dort eben hauptsächlich produziert? Genau die Mineralien an der Toilette, Mineralcorticoid und welches genau? Genau der alte Dürsteher für Aldosteron. Und wann wird Aldosteron ausgeschüttet? Die Nase für Natrium, Natriumkonzentration unterhalb vom Klo, also wenn es erniedrigt ist. Und bei erhöhter Kaliumkonzentration, also das Krokodil für K wie Krokodil von oben, also wenn Kalium, das Krokodil, also erhöht ist. Dann als nächstes kommen die Zona Faszikulata. Zona müssen wir uns nicht nochmal einprägen, haben ja gesagt, wir haben die drei Zonen, das kannst du denke ich dann auch so herleiten. Faszikulata klingt vielleicht wie ein Fass, wo die Latten herausfallen. Und du kannst dir vorstellen, dass du auch die Reihenfolge dir noch gut einbringen kannst, wenn du es nicht eh von der Reihenfolge des Baumes von oben nach unten weißt. Vielleicht fließt das Klowasser in das Fass hinein. Also Zona Faszikulata. Fass und Latte Faszikulata. Ja, welche Zellen findet man dort? Es sind die Lipidhaltigen Zellen. Lipid klingt vielleicht wie Lippen und du stellst dir vor, wie überall Spuren von Lippen oder von einem Lippenstift an dem Fass ist. Vielleicht wollte da jemand das eklige Klowasser austrinken. Also Lipidhaltige Zellen, die Lippen, die an diesem Fass vielleicht trinken. Diese Zellen nennt man eben auch Spongiozyten, vielleicht wie Spongebob. Kennst du vielleicht die Figur, also ein Schwarm? Und jetzt könntest du dir vorstellen, wie du eben die Spuren von den Lippen mit diesem Schwarm säuberst und die Spuren vielleicht von dem Lippenstift beseitigst. Ja, damit du dir einbringen kannst, dass es die breiteste Schicht ist, kannst du dir vorstellen, wie das Fass vielleicht sehr, sehr breit ist und dir so pseudologisch dann herleiten. Okay, breiteste Schicht, falls es vielleicht auch mal gefragt werden sollte. Ja, was produziert jetzt diese Schicht? Es sind die Glucocorticoide. Glucco klingt vielleicht wie Gluck, 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 ein Fass. Du trinkst vielleicht was Leckeres aus dem Fass. Glucocorticoide. Welche genau? Es ist Cortison und Cortisol. Jetzt könntest du dir das auch noch als Bild in dieser kleinen Geschichte weiter vorstellen. Cortison klingt vielleicht wie Kor und Sohn. Jetzt könntest du dir vorstellen, wie vielleicht die Mutter, der Vater mit seinem Sohn in diesem Fass, in dem Chor singt. Und jetzt weißt du Cortison und noch mit Cortisol. Wie kannst du jetzt noch merken, wie dort eben auch das Cortisol gebildet wird? Sol wie Sohle. In diesem Fass ist vielleicht Sohle enthalten und dort ist eben der Chor mit dem Sohn und Baden da in der Sohle. Also Cortison und Cortisol. Und wenn du dir das einmal so vorstellst, mit dem Fass, mit den Lippen, mit dem Gluck, 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 wie du da vielleicht daraus dringst, mit dem Schwamm und so weiter, dann vergisst du nicht mehr, dass es sich hier eben um die Zona Fasziculata, eben das Fass mit der Latte handelt. Was wird dort ja gebildet? Glucocorticoide, dieses Gluck, Gluck, Gluck. Der Schwamm für Sponchiosa, so heißen eben diese Zellen. Und eben, was ist in dem Fass passiert? Ein Chor hat gesungen, vielleicht Mutter, Vater mit ihrem Sohn, Cortison und sie haben in der Sohle gebadet für Cortisol. Und so wirst du schon mal nicht mehr verwechseln, wo was entsteht. Noch zur letzten Schicht, zur Zona reticularis. Reh klingt vielleicht nach dem Tier, dem Reh und es kullert irgendwie weg. Reticularis. Vielleicht kannst du dir vorstellen, das Klowasser und die Sohle aus dem Fass tropfen runter und da will das Reh dann möglichst schnell weg und kullert eben davon. Also, reticularis. Reticularis. Zona reticularis. Was wird dort produziert? Es sind die Androgene. Androgen klingt vielleicht wie André, vielleicht kennst du jemanden, der so heißt. Und der nimmt dummerweise Drogen. Androgen. Androgene. Okay, du kannst dir aber einfach, wenn das für dich reicht, einfach nur den André dir vorstellen. Und der André, ja, rennt vielleicht dem Reh hinterher oder reitet auf dem Reh davon und der wird mitgekullert, was wir in der Geschichte gerade vorhatten. Also, das Reh, das davon kullert und wo vielleicht der André drauf herumreitet. Kannst du noch vorstellen, dass alles das Reh oder der André sehr viel Pigmentsachen oder Flecken vielleicht im Gesicht, auf seiner Haut hat, weil es eben in dieser Zone pigmenthaltige Zellstränge gibt, so kannst du dir diesen kleinen, ja, Faktor und dieses kleine Detail auch noch merken. Ja, welches Androgen wird ganz besonders, ja, produziert? Es ist das DHEA. Ausgeschrieben, blende ich dir hier auch einfach mal ein. DHEA könntest du dir vielleicht TEA, DEA, TEA vorstellen, wie vielleicht die TEA, also der Name, einen Tee trinkt. Und das Reh kullert und rennt oder, ja, kullert vielleicht diese TEA um und die verschüttet ihren Tee und, ja, verbrennt sich vielleicht. Okay, also nochmal zusammengefasst. Welche dritte Szene haben wir? Die Zona reticularis, haben wir uns gemerkt mit dem wegkullernden Reh. Was haben wir uns noch angeprägt? Überleg selbst mal kurz, dass es eben pigmenthaltige Zellstränge dort gibt, haben wir uns mit dem Pigment ja vorgestellt, wie das Reh vielleicht pigmentiert ist. Dann, was noch? Der Andree mit den Drogen vielleicht oder der Andree für Androgene. Und welches konkret? Die TEA mit ihrem Tee wurde ja umgerollt, also DHEA. Okay, herzlichen Glückwunsch. Das waren jetzt schon mal drei Schichten, wenn ich dich jetzt fragen würde. Wo werden die Mineral-Kortikoide produziert? Dann musst du nur überlegen, wo haben sich die Mineralien befunden? Ach stimmt, oben am Klo, an unserem Hinterteil oder an der Kloschüssel. Ach ja, Kloschüssel, Zona, Klo, Merulosa. Und so, wenn du jetzt noch weitere Details zu den Schichten und so weiter lernen möchtest, kannst du die Geschichte natürlich erweitern und da noch mehr passieren oder stattfinden lassen. Ja, ich hoffe, du wirst jetzt ein für alle Mal nicht mehr verwechseln, in welcher Zone, wo, in welcher Schicht was gebildet wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es dir auch langfristig merken kannst und da ja hoffentlich den einen oder anderen Punkt in der Prüfung, in der Klausur, im Physikum, im Examen vielleicht dann so abstauben kannst. Wie gesagt, das zweite Video zum Nebennieren Mark, das kommt dann im nächsten Video. Falls es das schon gibt, werde ich es dir hier oben oder unten dann ja in der Beschreibung verlinkt haben. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich es mich freuen, wenn du ja unseren Kanal abonnierst, wenn du ja dem Video einen Daumen nach oben gibst. Gerne auch die Glocke aktivieren, dann verpasst du auf jeden Fall das nächste Video nicht und alle weiteren Videos und unterstützt auch ja unseren Kanal dadurch. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß und Erfolg beim Auswendiglernen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Mach's gut, ciao!